Hallo und guten Tag, liebe Mitglieder des Wirtschaftsforums REES. Für mich geht ein sehr interessantes und erfolgreiches Jahr 2016 dem Ende zu. Aus diesem Grunde möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Ihnen und Ihren Mitarbeitern und Familien ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am 31.01.2017 sehen wir uns dann auf der Mitgliederversammlung. Bis dahin, danke, tschüss! Schluss! Schluss! Schluss!